Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Soul Reaver 1. Wir sind dann letztes Mal hier stehen geblieben, beziehungsweise nicht unbedingt hier unten. Aber hier startet man das Spiel immer wenn man neu lädt, beziehungsweise wenn man das Spiel beendet und dann wieder neu startet, landet man immer wieder hier. Aber wir sehen, dass es dennoch gespeichert. Auch da muss ich so ein bisschen an meine allerersten Soul Reaver 1 Erfahrung denken. Ich weiß aber, was ich damals für eine Angst hatte, dass es nicht gespeichert ist, weil ich genau hier gestartet habe. Was mir aufgefallen ist, dass die Teleporter und die Sequenzen natürlich eingeschaltet waren. Oh, Teleporter. Wir brauchen einen. Über den hier. Jetzt hoffe ich natürlich, dass es hier nicht ebenfalls zu einem Soundbug kommt wie im Annahmen. Wo ich es halt beim letzten Mal gestartet hatte. Also nicht bei diesem, sondern bei Steam. Da gab es nämlich einen Soundbug, dass man halt die Kampfgeräusche und alles halt versetzt gehört hat. Bis zum nächsten Bosskampf quasi. Von dem Gebiet. Das Schlimmste ist nur, wir kommen jetzt in einen Teil, den ich absolut hasse. Und jeder, der mich schon ein bisschen verfolgt, weiß ungefähr, was es heißt, wenn ich das sage. Denn es gibt eine Gegnerart fast allen Spielen, die ich verabscheue. Leider ist auch diese hier vorhanden. Das sind spinnenähnliche Wesen. Die hier einfach mal so rumhängen. Da. Das hier sind die Sephonhemden. Ähm. Sind spinnenähnlich, würde ich sagen. Sehr spinnenähnlich. Gut, sie haben nur zwei Hinter- und zwei Vorderbeine. Sie weben aber ihre Opfer auch in Netze ein. Wie spinnen. Und sie klingen auch wie spinnen. Zumindest das oder so, wie ich mir spinnen vorstelle und oft immer noch vorstelle. Wie man das nervige an denen ist, in diesem Gebiet gibt es viele Kistenrätsel. Diese Viecher spawnen und fallen von der Decke. Kommst du runter? Wenn ich zu dir hochkomme, ist mein Souriver weg. Das erste Mal, dass ich mir die genauer angucken kann. So geht es sogar, wenn man sie sich so ansieht. Glauben sie vom Gesicht her mit mir von keinem. Okay, da das Viech nicht hochkommt. Woah! Das andere gespawnt ist. Bin ich gerade rechtzeitig hier weggegangen? Oh Gott! Okay. Es passt übrigens auch. Heute ist nämlich Halloween. Beziehungsweise jetzt, wo ich es aufnehme. Ähm. Ihr werdet es jetzt natürlich nicht an Halloween sehen. Aber dann halt quasi so ein nachträgliches Halloween-Game. Beziehungsweise es ist ja noch nicht mehr postig, finde ich. Witzig ist halt, dass ich es bei GOG halt wirklich, oder wie auch immer man es ausspricht, wirklich im Halloween-Sale gekriegt habe. So richtig frage, was ist denn daran jetzt so gruselig, dass es im Halloween-Sale verfügbar ist. Aber ich habe mich gefreut. So habe ich natürlich für alle drei Games, glaube ich, nur 3,89 Euro bezahlt. Ich nehme dich wohl weiß ich mit. Und einmal die Kamera drehen. Beim letzten Mal habe ich mich hier nämlich sehr blöder angestellt. Und blöder geht es eigentlich schon fast gar nicht mehr. Ungefähr so. Ungefähr so habe ich mich auch angestellt, ja. Doch. Solange es mir jetzt nicht so oft passiert, wie beim letzten Mal. Dann bin ich dann hier nämlich auch nochmal runtergeknallt. Also die Kamera-Führung ist in diesem Spiel wirklich unter aller... Das wird beinahe schiefgegangen. Oh Gott, das wird beinahe nochmal schiefgegangen. Ich muss einen dort den Lensel mal machen. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Huh? Oh Gott. Huh? Einfach hier hoch. Ist gut, nicht ganz so blöd angestellt, wie beim letzten Mal. Nur einmal runtergefallen. Und jetzt seht ihr, was ich meine. Ekelhafte Viecher. Es ist so widerlich. Es ist echt so widerlich. Aua. So, da seht ihr, es ist so viel was weg. Wenn wir Glück haben, kommt der... Na gut, jetzt ist ein G, ist mir egal. Von dem brauchen wir ja ein G, ohne mich. Das, was wir jetzt machen, da brauchen wir noch keinen. Wir bräuchten schon, aber... Das ist doch nicht ganz so wild. Diese mächtige Kathedrale, vormals Zeugnis des Widerstands der Menschen gegen das Reich Kainz, stand nun halb verfallen. Die Gläubigen, die hier einst ihren Gott huldigten, waren seit Jahrhunderten schon tot. Ihre Architekten entwarfen diesen Turm als heilige Waffe gegen die Bedrohung aus dem Totenreich. Ein gewaltiges Werkzeug, geschaffen aus Messing und Stein. Die Orgel der Kathedrale war nun verstummt. Einst brachten ihre Hymnen allen Ungläubigen den Tod. Diese leeren Räume sind Zeugnis der menschlichen Ohnmacht. Ja, diese Kathedrale war als Waffe gegen Vampire gedacht. Hat nicht ganz so funktioniert. Würde ich mal meinen. Hier sieht man gerade elegant den Foto der Spektral-Ebene. Jetzt kommt etwas, bei dem ich mich immer blöd angestellt habe. Was der Grund ist, weswegen ich so gehe. Das an sich Gute ist, im Gegensatz zu der PS1-Version, ist der eine Hucke hier nichts. Bei dem man immer wieder runterfällt. Und sich, weil hier die Grafik minimal besser aussieht, als einer PS1. Was man sich kaum vorstellen könnte. Was aber so ist. Da müssen wir noch nicht rein. Wir müssen erstmal was anderes tun. Ja, es hat seine Gründe, warum ich hier so lang gehe. Weil die Steuerung ist hier so blöde. Dass ich mich nicht traue, mich hier anders zu bewegen. Nummer 1 ist eingehakt. Um das auf der anderen Seite machen zu können, müssen wir etwas anderes tun. Bist du weit, Jack? Jetzt. Perfekt. Der Schlimmste ist, wir kommen eh wieder. Wir kommen eh wieder. Äh, viel, viel. So. Hier ist kein Viech mehr. Sehr schön. Und hier ist eins der nächsten Kippenbrätsel. Ich weiß gar nicht, wie viele wir sind. Unten. Wie gesagt, das Schlimmste ist eigentlich, dass die Viecher spawnen. Weil ich mich jetzt relativ beeilen möchte. Und das hier erledigen. So. Wie ist der Kameraführer? Und einer noch Der Elim, ich kenn grad nicht Ich bin der Elim, ich kenn die So, na komm. Und runter. Schnell wieder in diese Welt. Ich hoffe nur, dass ich das alles bis zum nächsten Bosskampf schaffe. Also bis kurz vor dem nächsten Bosskampf. Also das muss ich jetzt hier alles nochmal machen. Also nicht alles nochmal, aber... Ich muss hier nochmal rein. Ich muss dann hier nur den Weg nochmal neu gehen. Das ist eigentlich das Nervige daran. Sofern das Soundbuck nicht auftritt, in dieser Version. So sollte es eigentlich gar nicht mehr so schwer sein. Es gibt halt eine einzige Stelle, die schwierig ist, wenn das Sound nicht richtig geht. So. Wow. Hallöle. So, das Ding kommt jetzt runter. Und tschüss. Oh, dieses Geklacker. Kann einem irgendwann mal ein bisschen auf den Nerven gehen. Ich bin auch froh, wenn ich hier wieder raus bin. Das ist wirklich so mein einziges Hasslevel nicht, aber das Einzige, was mir halt wirklich ein bisschen auf die Substanz schlägt. Speichere ich auf jeden Fall. Und ich werde hier auch einen kurzen Cut machen. Und wir sehen uns hier gleich wieder. Ciao! Untertitelung des ZDF für funk, 2017